Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrandt und meiner ist Justin Scholz. Sorry, dass ich dir jetzt Wortfalle. Das müssen wir immer noch üben. Sehr gut, ja. Hallo Justin, schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute den 9.1. und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile, ein Moment, jetzt muss ich nachgucken. 29. Folge. 29. Episode, genau. Heute zum Thema Lithium. Lithium Teil 3. Teil 3. Wir haben gesehen, da kann man viel drüber sprechen. Ja, man muss dazu sagen, wir haben Lithium Teil 2 heute auch schon aufgenommen, also kurz vorher. Wir haben uns aber gesagt, wir splitten das einfach in zwei Episoden, damit ihr auch nicht irgendwie so eine 4-Stunden-Episode aufs Ohr gedrückt bekommt und das sich einfach ein bisschen besser verteilt. Deswegen heute jetzt hier die nächste Episode zum Thema Lithium. Wir haben noch etwas vor uns. Ich hätte jetzt irgendwie nicht gedacht, dass es so viel ist, aber vielleicht war das einfach optimistisch gedacht bei meinen 37-seitigen Shownotes. Nur für den zweiten Teil hätte ich mir vielleicht auch denken können, dass das doch ein bisschen länger wird, jetzt werden es halt drei Teile. Hoffentlich kriegen wir es in drei Teilen hin. Aller guten Dinge sind drei. Genau, richtig, ja. Also, was haben wir heute noch vor? Wir haben das letzte Mal über das Thema Nutzung und so Abbau und Umwelt und ganz viele Off-Topic-Sachen gesprochen. Heute soll es jetzt um das Thema Recycling-Substitutionen, Marktzahlen und so weiter gehen und dann machen wir den Sack für Lithium auch vorerst mal zu. Wie gesagt, es tut sich sehr, sehr viel in dem Markt. Wir haben immer wieder Veränderungen im Markt und dementsprechend kann auch sein, dass in einem Jahr oder in einem Monat oder in zehn Jahren, je nachdem, wann ihr, liebe Zuhörenden, diese Episode hört, das auch schon wieder teilweise veraltet ist. Von daher, ja, hört es euch an. Es ist eine Momentaufnahme von jetzt Januar 2022. Wie der Justin sich schon vorgestellt hat, er ist hier mit am Start, war jetzt in den letzten Episoden auch schon mit dabei. Justin, magst du kurz Disclaimer geben, was du so machst? Ja, also ich bin in einem Startup involviert, das einen Energiespeicher, einen stationären Energiespeicher entwickelt, der nicht auf elektrochemischer Energiespeicherung basiert, sondern auf thermodynamischer. Ich bin großer Verfechter von Elektromobilität als auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verbrenner-Realität, in der wir leben. Bei Energiespeichern, einfach hier als Disclaimer, kann man das Conflict of Interest nennen. Ich glaube, im Endeffekt sollten wir alle daran arbeiten, dass wir erneuerbare Energien grundlastfähig machen und daran arbeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nur als Hintergrund für euch. Ich arbeite da in einem Feld. Sehr gut, vielen Dank dafür. Trotzdem hast du eben auch, wie es letzte Mal schon gesagt, einen sehr tiefen Einblick, weil du natürlich auch den Markt von Lithium-Akkutechnologien und Akkutechnologien insgesamt betrachtest und hast da sehr viel Hintergrundwissen. Deswegen bist du heute hier mit dabei. Heute geht es jetzt aber gar nicht mal um den Einsatz von diesen Akkus, sondern heute geht es ums Recycling und die Substitution von den Teilen und wir schauen uns da mal an, was passiert denn da, wie sieht das Ganze aus. Es gibt ja für immer viele Vorurteile, sag ich mal. Ich höre bis heute immer noch, ja, Recycling bei erneuerbaren Energien, bei Akkus ist irgendwie schwierig, wird nicht gemacht und die Autos werden ja alle recycelt. Recycling bei Autos sieht so aus, die fahren in die Schrottpresse, werden einmal zusammengepresst, geschreddert und danach in eine Stahlschmelze geschmissen. Ist jetzt natürlich auch nicht sehr stark vereinfacht, ja, aber das hast du jetzt bei Windkraftanlagen oder so nicht, wobei es da auch wieder witzige Ideen gibt. Bei Windkraftanlagen übrigens, bis auf die Flügel wird von denen alles recycelt, ja, und die Flügel kann man dann verwenden, um irgendwie Parkbänke draus zu bauen, habe ich auch schon gesehen. Da ist es aber dann wegen den Fieberglas-Geschichten bei den Lithium-Akkus ist natürlich das Problem, wenn du die schredderst, gehen die in Flammen auf, deswegen gab es da auch immer wieder Probleme, dass die ausgebaut werden müssen und, ja, schauen wir es uns mal an. Das andere Problem ist halt, wenn du sie schredderst, dann machst du halt maximale Durchmischung, was du eigentlich nicht unbedingt haben willst. Richtig, ja. Rückbau ist aber da immer so ein Problem, weil da musst du halt Leute hinsetzen, die das machen, maschinell geht das nur begrenzt, da gibt es aber auch Überlegungen, wie man das hinkriegt und es gibt die ersten großtechnischen Anlagen, die eben, ja, das Recycling von Lithium und Recycling und Verwertung von Akkus ermöglichen sollen und ermöglichen. Da gibt es zum Beispiel für Numicor eine große Anlage, die ich glaube in Belgien gebaut wurde, die hatte nur dann das Problem, die Auslastung, denn das ist ja schön und gut, wenn man so eine Anlage hat, aber man muss ja auch irgendwo die Akkus herbekommen und lange Zeit war hier das Problem, dass wir keine Rückholsysteme hatten, also wir haben ja irgendwie diese Kisten, die im Supermarkt stehen, wo man dann seine Akkus oder Batterien reinschmeißen kann, aber das ist natürlich nur sehr wenig und Rückholung von so Akkus aus jetzt Laptops und sowas, das kann man dann auf dem Bauhof teilweise, wird das getrennt, aber so wirklich gut hat das noch nicht funktioniert und bei Elektroautos haben wir natürlich das Problem, die kommen jetzt erst so langsam auf, klar, die ersten Modelle sind schon ein bisschen älter, aber das kommt jetzt erst noch alles und deswegen, wenn wir uns hier mal die End of Life Recycling Rates anschauen von verschiedenen Metallen, ich habe da auch eine Grafik mitgebracht, dann ist das bei Lithium noch unter 1%, muss dazu sagen, diese Quelle ist jetzt, sind jetzt Daten von 2021 bis zurück 2016, also da sind auch noch ein paar ältere mit dabei, aber insgesamt kann man da schon sehen, da haben wir noch ein bisschen was vor uns und das ist natürlich auch ein Potenzial, weil wenn wir die Recycling Rate hochziehen, heißt das ja im Umkehrschluss, wir brauchen weniger Primärproduktion und können eben durch die Sekundärproduktion da etwas abfangen, jetzt muss man aber auch sehen, naja in den ganzen Szenarien, die wir das letzte Mal auch vorgestellt haben, sind meistens Recycling und Sekundärnutzung schon mit drin, aber trotzdem sehe ich da noch ein Potenzial, dass man das noch hochfahren kann. Ja, muss auch sehen, ich habe es schon mal erklärt gehabt hier im Podcast, End of Life Recycling Rate muss man einfach unterscheiden von der insgesamten Recycling Rate, beziehungsweise gibt es auch noch Recycling während der Produktion, End of Life bedeutet, mein Produkt ist kaputt, also am End of Life und dann wird es in der Verwertung zugegeben, da hat man eben die Probleme, wie du das gesagt hast, man hat eine Durchmischung mit verschiedensten Materialien, ja, so ein Akku hat ja irgendwie Kunststoff außenrum, dann irgendwie noch Anodenmaterialien, da hast du dann auch irgendwie ein bisschen Kupfer von irgendwelchen Leiterbahnen und sonst irgendwie was dabei, das ist ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt im Prozess irgendwo eine Zellfertigung hat und da geht eine Zelle kaputt, dann weiß man relativ genau, was da drin ist, wenn man jetzt unzählige unterschiedliche Akkutechnologien hat, die da gesammelt werden, vielleicht sogar noch mit restlichem Elektroschrott zusammen, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Ja, wir sehen jetzt, wenn man das vergleicht, zum Beispiel bei Gold hat man eine sehr hohe Recycling Rate von über 80%, liegt halt einfach daran, Gold ist viel wert und das Zeug, also mal ganz vereinfacht gesagt, ich nehme mal einen Elektroschrott Schredder, vielleicht verbrenne ich dann noch die organischen Materialien und die Kunststoffe, die da irgendwie mit dabei sind, dann fahre ich das ganze Zeug irgendwo in Königswasser rein und ziehe mir dann einfach am Ende das Gold raus, also sehr, sehr vereinfacht, aber da lohnt sich das halt einfach auch, weil Gold auch in kleinen Mengen sehr viel wert ist. Wir sehen auch bei Platin und Palladium, insbesondere aus den Katalysatoren von so Verbrennermotoren, da hat man auch relativ gute Rückgewinnung. Man sieht insgesamt eben die Precious Metals, also die Edelmetalle, Gold, Platin, Palladium, Silber haben hohe Recycling Rate, weil sie halt viel wert sind bei den Base Metals, also Nickel, Kupfer, Aluminium, Chrom, Zink, Kobalt, ist das okay, könnte besser sein, sind wir so irgendwo bei zwischen 60 und irgendwas 30% rum, ja. Aber es ist halt natürlich bei Lithium und seltenen Erden, da sind wir bei unter 1%, das ist halt einfach, da kann man auch ein bisschen was machen. Aber es gibt hier Gerüchte, dass insbesondere die Automobilindustrie an eigenen Standards arbeitet, um das Recycling und den Rückbau zu vereinfachen. Hintergrund da ist, dass natürlich Elektrovehikel eben sehr große Akkus haben und es sich da dann vor allen Dingen lohnt, die zurückzubauen und auszubauen. Und hier hat mich sehr überrascht, dass eben die Automobilindustrie hier erstaunlicherweise, insbesondere die deutsche und europäische, schon sehr weit ist. Die haben für die meisten Modelle relativ detaillierte Datenblätter, in denen drin steht, welche Materialien denn wo verbaut sind. Fand ich sehr überraschend, ist auch eine Datenbank, die teilweise für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das fand ich sehr schön, muss ich sagen, bin ich darauf hingewiesen worden, als ich eben, habe ich auch das letzte Mal schon erzählt, so einen Online-Kurs bei der TU Delft gemacht zum Thema Critical Raw Materials oder Minerals und fand das sehr interessant. Und was Lithium angeht, haben wir mittlerweile auch einige Technologien im Angebot, mit denen wir dieses Recycling machen könnten. Da gibt es auch eine recht interessante Studie, die die alle mal zusammenfasst. Da gibt es auch eine Grafik, die ich hier mal mitgebracht habe. Und da würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal die möglichen Techniken kurz durch, damit ihr so ein bisschen einen Überblick habt. In der Studie, die ich da durchgelesen habe, die fasst eben zusammen, da ist es natürlich nochmal genauer beschrieben, aber so genau müsst ihr das ja jetzt erstmal nicht wissen. Also grob gibt es die Möglichkeiten für die Vorverarbeitung, mechanische Vorbehandlung, was einfach nur ein netterer Begriff ist für Schredder. Dann kann man hier mit einer Lösungsmittelbehandlung rangehen und das Ganze noch kalzinieren, um aus diesen Rückständen, die aus dieser Vorbehandlung dann entstanden sind, das Lithium rauszubekommen. Da hat man dann verschiedene Extraktionsmethoden. Einmal durch eine pyrometallurgische Behandlung, das bedeutet, ich erhitze das Ganze und habe eben, also pyrometallurgie ist eine Art der Metallurgie, in der man sich dann eben mit dem Schmelzen und den verschiedenen Eigenschaften von Metallen auseinandersetzt, wie man die dann eben aus seiner Schmelze zurückbekommen kann. Man kann das Ganze hydrometallurgisch machen, da geht man dann mit Lösungsmitteln dran und auch Flotation und sowas fällt da glaube ich rein, wobei Flotation dann eher bei den mechanischen Methoden mit dabei ist oder eben elektrochemisch. Also ich mache eine Abscheidung, indem ich eben mit teilweise Lösungsmitteln und dann eben Spannung anlegen oder eben elektrochemischen Zellen arbeite. Am Ende habe ich bei all diesen Prozessen in irgendeiner Form Lithium in einer gewissen Reinheit vorliegen und kann das dann wiederverwenden, um eben daraus zum Beispiel Lithium-Ionen-Akkus zu bauen. Das direkte Recycling könnte hier interessant sein. Das würde bedeuten, also Direct Recycling, das bedeutet, dass wir die Materialien aus der Batterie direkt wiederverwenden. Das würde bedeuten, wir schneiden die auf, zum Beispiel unter Schutzgas oder in einem anderen Prozess und nehmen die Materialien direkt wieder da raus aus der Batterie und verwenden die wieder. Zum Beispiel einzelne Zellen oder sowas, testen die halt irgendwie, schauen, wie wir die aufbereiten können. Das Ganze ist aber noch in einem frühen Entwicklungsstadium, weil das halt insbesondere bei den Lithium-Ionen-Akkus schwierig ist, weil die halt auch sehr stark mit Luft reagieren oder an der Luft reagieren, beziehungsweise mit der Feuchtigkeit in der Luft reagieren. Und dann halt, also wenn ihr da ein Loch reinmacht in eurer Lithium-Ionen-Akku, dann fängt der halt an zu brennen. Und ähnliche Prozesse hat man eben, Probleme hat man dann eben auch bei der weiteren Verwertung. Würde halt dazu führen, also wenn man das hinbekäme, würde das halt dem Ganzen zugute, ich kann kein Deutsch mehr, es würde dann helfen, dass man diesen Zwischenaufbereitungsschritt sich spart, also dass ich nicht erst hergehe und ich kriege eine imperfekt hohe Menge an Ursprungsmaterial aus meinem Altmetall wieder raus, nutze das dann, muss das aufbereiten, muss es wieder in eine wahrscheinlich sogar Elementform wieder zurückbringen oder eine bestimmte Verbindungsform und aus der kann ich dann wieder in anderen Schritten dann eine Batteriezelle bauen. Das ist natürlich eleganter, wenn ich diesen ganzen Zwischendingen wegschneide und einfach sage, okay, ich kann das hier, das ist gut genug, direkt verwenden in einer neuen Batteriezelle. Das spart Energie, Aufwand und wenn man Glück hat, Geld. Auf jeden Fall, ja. Es gibt so eine Betrachtungsweise, nennt sich Materialflusskostenanalyse, MFKA. Da geht es darum, dass man sich anschaut, ich habe ein bearbeitetes oder verarbeitetes Werkstück oder Material und umso mehr Arbeit ich da reingesteckt habe, umso mehr Kosten hat das natürlich auch erzeugt. Und wenn ich das jetzt wegschmeiße, dann sind die Kosten ja jetzt erstmal weg. Das bedeutet im Umkehrschluss, in der Produktion ist es sinnvoll, möglichst früh Ausschuss oder halt möglichst früh Fehler zu erkennen, um das möglichst früh auszuschießen, damit ich an einem defekten Werkstück zum Beispiel noch mehr Arbeit verrichte und das dann möglichst schnell eben in den Kreislaufprozess bringe. Hier bedeutet das eben, dass ich umso mehr ich wieder verwenden kann, umso besser ist das. Also bei dem Direct Recycling würde ich ja eben mir wieder viele Bearbeitungsschritte ersparen und damit Kosten sparen. Da hat man dann auch den Unterschied, dass ich zum Beispiel bei der hydrometallurgischen Recycling, also bei einer Laugung zum Beispiel, Elemente eher rausbekomme, die ich dann wieder verwenden kann, als jetzt bei einer pyrometallurgischen Behandlung, weil ich bei dem Einschmelzen und beim Schreddern und Einschmelzen bräuchte ich dann eventuell nochmal in irgendeiner Form Schritte wie eine Laugung oder sowas, um dann die Elemente aus meiner Schmelze oder aus meinem Granulat, das ich da erhalten habe, wieder rauszulösen. Also habe dann nochmal einen Prozessschritt mehr. Da muss man immer ein bisschen gucken, was da am geeignetsten ist und am einfachsten ist und dann eben auch am günstigsten ist. Wir sehen jetzt in Europa vor allen Dingen einige Anlagen, die im Bau sind, einige auch Konzerne, die hier sich für das Thema interessieren, weil das natürlich auch ein riesengroßer Markt ist. BASF beispielsweise baut eine Recyclinganlage für ausgediente Batteriezellen in Schwarzheise, das ist in Ostdeutschland. Finde ich auch sehr schön, dass insbesondere die Akkutechnologiefertigung oder die Akkufertigung in Ostdeutschland angesiedelt werden soll und da halt viel passiert. Das ist zumindest mein Eindruck, vielleicht hast du da nochmal andere Infos. Aber da sehe ich schon, dass da auch versucht wird, eben den Strukturwandel zu bekämpfen. VW beispielsweise baut in Salzgitter eine Anlage und es gibt auch ein europäisches Startup, das finde ich sehr interessant ist. Das ist nämlich das schwedische Startup Northvolt. Die bauen gerade eine Gigafactory und haben auch angekündigt, dass sie, ich glaube, die hatten sich als Ziel gesetzt, 100% ihrer eigengefertigten Anlagen zu recyceln und selber eben auch sehr viel Rezyklat einzusetzen, um ihre Akkus zu bauen. Fand ich sehr, sehr interessant, vor allen Dingen, die haben auch ein umfangreiches Funding bekommen und fangen da jetzt auch an zu arbeiten. Fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Aber nicht nur hier die Europäer arbeiten daran, sondern auch Tesla. Wie gesagt, Tesla hat halt relativ viel Kapital und kann deswegen sehr viele Sachen machen. Die haben auch angekündigt, dass sie Recycling wollen und eben auch zukünftig besser rezyklierbare Akkus verbauen wollen und dann hier auch langfristig eben auf einen hohen Anteil an Rezyklat in ihren Autos kommen möchten. Und hier eben dann auch diese, also Closed-Loop Supply Chain oder Closed-Loop Recycling nennt sich das, wenn man eben einen geschlossenen Zyklus hat, wo man dann nicht mehr so viel primäres Input-Material braucht und halt nur das, was man an mehr verkauften Autos hat, dann irgendwann zukaufen muss. Ganz geht das nicht, weil man zwischendrin auch immer wieder Verluste hat, aber insgesamt ist das zumindest mal ein sinnvolles Vorhaben, das in Angriff zu nehmen. Es gibt hier von der EIA, also von der, ähm, ähm, äh, wie heißt sie? Nee, IEA, Internationale Energieagentur. Ist es die EIA oder die EIA? Ah, ich habe EIA aufgeschrieben, aber ich meinte hier ziemlich sicher die IEA, also die Internationale Energieagentur. Die EIA wäre die Energy Information Administration der USA. Äh, ich glaube, das war die IEA, äh, ich habe es noch falsch aufgeschrieben, genau, ja, ja, genau. Weil die ist nämlich auch mit Energie beschäftigt. Ja, klären wir nochmal, packen wir in die Shownotes. Äh, da gibt es auf jeden Fall eine Szenarioanalyse, die die gemacht haben, das nennt sich, ähm, äh, eins davon ist das Step-Szenario. Und die haben sich hier eben verschiedene, äh, Simulationen mal vorgenommen und haben dann eben auch durchgerechnet, okay, wie schaut das denn aus, ähm, wie kann so ein Closed-Loop-Recycling ausschauen? Je nachdem, wie viele wir auch an, äh, Lithium-Ionen-Akkus in den nächsten Jahren verbauen. Und haben hier eben auch mal geguckt, welche Technologien sind das denn, äh, die dort dann verbaut werden? Wie kann man die, ähm, wie kann man die auch recyceln? Bei manchen ist das ja einfacher als bei anderen. Und haben hier dann eben mal, äh, das Ganze durchgerechnet. Und unter anderem wird dann hier auch relevant und wichtig, äh, wie schaut denn der Second-Use von so Akkus aus? Also man kann ja einen Akku in einem, äh, Elektroauto haben und wenn der dann da zu kaputt ist, als dass sich das im Elektroauto lohnt, weil da hat man ja auch so eine Restriktion, was das Gewicht von diesem Akku angeht, dann könnte das sinnvoll sein, hier den Akku auszutauschen und diese, äh, ja, gebrauchten Akkus zum Beispiel in der stationären Anwendung einzusetzen. Und, äh, hier sieht man, dass das teilweise in der Simulation gar nicht so sinnvoll ist, wenn man Second-Use macht, weil dadurch dann, äh, die Auslastung der Recyclinganlagen nach unten geht und das Ganze sich dann nach hinten verschiebt. Ähm, hier hat man dann eben Economics of Scale die dann einschlagen, äh, weil eigentlich ist es ja sinnvoll, wenn man Second-Use macht und, äh, die dann weiterverwendet, aber das könnte dann halt wieder, äh, das Recycling unrentabel machen und dadurch dann verhindern, dass andere Akkus eben recycelt werden, muss man dann so ein bisschen schauen, was man da auch haben möchte und was sinnvoll ist. Im Best-Case auf jeden Fall, äh, könnte man, ähm, einen, äh, Recycling-Anteil, also einen Batterie-Recycling-Anteil von 20 bis 23 Prozent des kumulierten Bedarfs für Lithium bis 2050 eben durch Recycling decken. Das wäre aber wirklich der Best-Case, dass man eben hier fast ein Viertel, also unter ein Viertel, aber fast ein Viertel eben hier decken könnte. Das wären 8 Prozent für Lithium, 26 bis 24 für Kobalt und 22 bis 38 Prozent für Nickel. Hat natürlich auch den Hintergrund, äh, äh, Hintergrund, dass wir halt Nickel-Kobalt-Batterien halt auch verbaut haben in der Vergangenheit, ja. Ähm, das sind jetzt die älteren, ähm, soweit ich das weiß. Und, äh, die Lithium-Ionen-Zellen kommen ja jetzt dann noch in den Prozess zurück. Und es ist natürlich auch einfacher, Nickel-Kobalt hier rauszulösen, ähm, weil die von den Kosten her ein bisschen höher sind als das Lithium, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gibt hier noch zwei, ähm, recht interessante Artikel dazu, die packen wir auch mal in die Shownotes. Das eine ist ein Nature-Artikel, das sich mit dem Thema beschäftigt, wo ich auch die Informationen rausgezogen habe. Das andere ist ein, ähm, Artikel, ähm, der sich mit den, äh, Stock-Dime-Animics, also mit einer Modellierung der, äh, Lager und eben auch dem, äh, zukünftigen Materialbedarf im Automotive-Sektor auseinandersetzt. Insbesondere eben mit einem Fokus auf Lithium. Fand ich, äh, alles recht interessant. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da so sich tut im Recycling-Sektor, wie wir da weiter vorangehen. Und, ähm, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass sich da was tut. Von der, von der Publicity her sehr erfolgreich auch, ist auch Redwood Minerals, ähm, das ist der ehemalige Tesla-Batterie-Chef oder einer der Tesla-Chief-Engineers, der bei Tesla ausgestiegen ist und jetzt Redwood Minerals als, äh, Recycling von Batteriezellen aufbaut. Okay. Ähm, okay, habe ich jetzt noch nie was von gehört, muss ich mir da mal angucken, aber, äh, deswegen bist du ja dabei. Oder Redwood Materials, Verzeihung, Redwood Materials, not Minerals. Okay, pack mal auch einen Link in die Show-Notes, könnt ihr auch mal reingucken und, äh, das mal bewerten. Aber Recycling, ja. Man sieht da quasi, wenn solche hochkarätigen Leute dann sich darum kümmern, dass da ein Bewusstsein dafür da ist und dass, dass da, dass das auch ernsthaft betrachtet wird, weil am Ende des Tages, wenn ich, äh, das Material günstiger bekomme oder, äh, auch in Nachhaltigkeitsaspekten damit werben kann, dass meine Batteriezellen zu 100% erneuer, also nicht erneuerbar, aber recycelt sind zum Beispiel, dann, ähm, schätze ich mal, wird das auch in Zukunft immer wichtiger werden. Ja, und es ist halt auch immer, also meistens ist Recycling, ähm, in ganz vielen Bereichen sinnvoll, ähm, unter anderem in den, in vielen Bereichen ist halt Recycling auch einfach, äh, günstiger, ja. Ähm, zum Beispiel bei Aluminium hat man ja den Fall, äh, dass du dir ganz viel Energie sparst. Gut, also, nee, das stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe, bei Aluminium ist das der Fall, bei vielen anderen Sachen ist Recycling teurer, aber, ähm, einfach auch, weil die Primärproduktion halt einfach noch sehr günstig ist und, äh, die Umwelt, oder die externen Kosten, ähm, für die Umwelt und sowas einfach nicht berücksichtigt werden, die sind ja nicht eingepreist in den meisten Fällen. Deswegen, ähm, muss ich da die Aussage zurückziehen, aber werden wir mal sehen, wie sich das, äh, von der Rentabilität macht und, äh, wenn wir halt viel Lithium brauchen, ab einem gewissen Punkt, äh, muss halt die Versorgung und dann einfach auch über, äh, Recycling sichergestellt werden, haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Neben dem Recycling gibt es aber auch die Möglichkeit, äh, ja, zu substituieren. Da muss ich gestehen, habe ich jetzt keine neuere Quelle gefunden als 2015, das ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her. Äh, äh, Gradle et al. 2015, das ist so eine, ähm, ja, Gradle et al. ist in dem Kritikalitätsbereich einfach ein, ein Schwergewicht, ähm, und der hat hier, oder die haben hier, die Forscher haben hier, ähm, eine sehr interessante Forschung gemacht zum Thema Substituierung oder Substituierbarkeit verschiedenster Elemente im Periodensystem. Und, äh, wenn man sich hier eben Lithium mal anschaut, dann hat Lithium hier eine Substituierbarkeit von 41 auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 100 hier das schlechteste ist, also 100 bedeutet, das ist so gut wie nicht substituierbar, und 0 bedeutet, es ist sehr gut substituierbar. Äh, äh, Lithium schneidet hier vergleichsweise gut ab, äh, denn, ja, für Akkus gibt es einfach auch ein paar andere Technologien, um eben, ähm, Akkus herzustellen, und das kommt hier halt sehr stark auch auf das Einsatzgebiet drauf an, ja. Ähm, Lithium ist bei Akkus vielleicht noch vergleichsweise gut substituierbar durch andere Technologien, aber, ähm, ja, äh, nee, Moment, äh, bei, bei Akkus kann man substituieren, aber Lithium-Akkus sind mit die effizientesten, man hat jetzt aber zum Beispiel bei Schmiermittel oder sowas hat man einige Alternativen, ähm, wo man Lithium auf jeden Fall substituieren könnte, ja. Ähm, bei Legierung bin ich mir nicht so ganz sicher, da, da gibt's schon auch, ähm, ja, und da muss man auch sagen, da ist Lithium jetzt ja nicht so großen Mengen drin, deswegen, ähm, ist ja immer die Frage, ist das so wichtig, das dort zu substituieren, ja. Ähm, insgesamt noch vergleichsweise okay, aber natürlich hat man hier auch wieder die Frage, mit was substituiert man's? Und, ähm, von der Menge her brauchen wir halt einfach sehr viele Akkus, dementsprechend ist da die Frage, ähm, macht das überhaupt Sinn, das sich was anderes zu ersetzen, ja. Bei stationären Anwendungen haben wir wieder den Fall, da vielleicht schon, bei Elektroautos, wo es halt auch aufs Gewicht und Energiedichte ankommt, vielleicht weniger. Man muss auch schauen, wir haben ja jetzt, äh, für den Akku auch, äh, Kathoden- und Anodenmaterialien, die wir in irgendeiner Form besorgen müssen. Bei Graphit würde ich mir jetzt vorstellen, ist das, die Substituierbarkeit weniger wichtig, muss ich aber gestehen, weiß ich nicht. Würde ich nicht unterschätzen, also du hast beim, bei Batteriezellen oder bei Lithium-Ionen-Akkus konkret, hast du das meiste Lithium, soweit ich weiß, heute immer noch natürliches Graphit, was dann zum Beispiel in Madagaskar abgebaut wird und in anderen, äh, Orten. Äh, und es wird wirklich abgebaut als, äh, Graphite-Flakes und Graphite, weil die Qualität von synthetisch hergestellten Graphiten noch nicht da ist, wo sie hingehört oder hin muss für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien häufig. Ach wirklich? Ähm, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Von daher, da kannst du dich auch mal, interessant, auch mal rein, äh, nörden, äh, aber mit Graphit, ähm, also das, 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 das Element ist die Antithese von knapp. Ja, also das ist, äh, wir bestehen aus Kohlenstoff, äh, wir haben genügend CO2 in der Luft, äh, wir haben genügend, äh, Kohle, Kohlenstoff in allem, was lebendig ist, daran wird es nicht scheitern, die Frage ist eher, wie kriege ich mein Graphit hergestellt in den Qualitäten, die ich brauche und, ähm, ja, okay, sehr cool. Da mache ich mir jetzt bei Akkus keine, keine Sorgen, wenn es ist, dann werden wir eine Lösung finden, äh, wenn ich aber über einen Lithium spreche oder einen Kobalt, ähm, und ich kann da jetzt nicht einfach das irgendwie aus der Luft irgendwie rausziehen, ja, dann habe ich halt ein echtes Problem. Ja, ja gut, bei Nickel und bei Kobalt gibt es ja auch Überlegungen, das komplett, äh, zu ersetzen oder eben, ähm, die Technik so weiter zu entwickeln, dass ich davon immer weniger einsetzen muss, ähm, bei Lithium. Bei Nickel weiß ich es jetzt nicht, aber bei Kobalt ja. Ja, bei Nickel gibt es auch Überlegungen, wie ich zumindest den Einsatz halt, äh, optimiere, dass ich weniger davon einsetzen muss, bei Kobalt sind wir ja so weit, dass wir mittlerweile das komplett raus haben in manchen Bereichen. Gab es ja auch mal in manchen Batteriechemien, wenn du jetzt über Batterie, das hängt davon nach Chemie davon ab, weil das Kobalt in den Batteriezellchemien empirisch, äh, für, häufig für, oder assoziiert wird mit geringerem Brandrisiko, was bei Lithium-Ionen-Akkus ja ein genaues Problem ist. Von daher, da muss man dann auch schauen, wie es, also, wie da die Entwicklung weitergeht, aber da wird viel dran geschaut, weil halt auch die Kobaltpreise oder der Kobaltaspekt halt enorm viel der Batterie ausmacht. Ich hatte da mal so einen Urban Myth gehört, äh, dass, ähm, bei manchen Batteriechemien, äh, eben Kobalt mit drin war in dem Mix oder auch andere Elemente mit drin waren und keiner so genau wusste, warum das eigentlich der Fall war und man dann irgendwann drauf gekommen ist, so, hey, wir lassen es einfach mal weg und alles, oder, alles funktioniert so wie vorher und denkst du so, hm, warum haben wir das überhaupt rein? Fand ich, äh, dann doch irgendwie sehr lustig. Also, wundert mich nicht, wundert mich nicht, weil, also, hier bin ich jetzt ganz bewusst Armchair General, also der, äh, an der Bande stehende, äh, deutsche Nationaltrainer wie die anderen 80 Millionen, ähm, aber es gibt, wenn du dir anschaust, wie diese, wie diese Batterieforschung passiert, ähm, dann ist das häufig einfach, okay, wir haben die, wir haben jetzt diese Elemente zusammengeworfen und, äh, haben da jetzt die Performance dieser Batteriezellen, die wir da gebaut haben, getestet und die sehen besser aus, aber warum das jetzt konkret besser funktioniert, in dieser Form, mit diesem Verhältnis und wie das quasi auf molekularer, beziehungsweise nicht molekularer, aber auf Kristallstrukturebene dann tatsächlich funktioniert, wird nun bedingt angeschaut vielleicht, aber das ist häufig eher noch so alchemiemäßig, würde ich jetzt von außen sagen, dass es halt, okay, wir haben hier diese Chemie ein bisschen, äh, quasi adaptiert und jetzt haben wir, äh, da mal was zusammengeschrieben und haben wir hier eine Erklärung, aber dass es irgendwie so ein kohärentes Modell gäbe für, ich kann das komplett machen, zumindest, würde mich nicht wundern, wenn da dann auch mal übersehen wird, hey, wir haben jetzt aus, weil wir eine, eine Variable nicht auch noch verändern wollten, Cobalt drin, und dann stellst du es am Ende, brauchst du es mal raus und dann stellst du fest, geht immer noch, also, das ist bei Batterien, ist diese Forschung sehr, sehr schwer, weil du hast halt beliebig viele Kombinationen ja auch, also das ist ja, ähm, kannst ja beliebig viele Varianten kombinieren aus, äh, ein, zwei, drei, vier Elemente, in welchen Verhältnissen, wie, warum, bla, also. Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist, ähm, also zu diesem Thema habe ich eventuell auch schon eine Interviewpartnerin, ähm, die in einem Forschungsinstitut in Deutschland, das Forschungsinstitut führt, für eben Batterie, äh, und Akkutechnologie, ähm, muss ich aber nochmal gucken, aber das wäre dann sehr interessant, dann nochmal mit jemandem zu sprechen, der da, äh, auch sehr tief in diesem Thema drinsteckt. Ich freue mich auf die Korrektur meiner, meiner Armchair, Armchair-Aussage. Mal gucken, also, äh, hat der mit der Person auch schon mal gesprochen und fand das sehr interessant, ähm, weil die sich eben auch darum kümmern, wie man das Ganze eben vorantreiben kann. Gut, aber schauen wir uns mal an, welche Substitute für Lithium-Ionen, ähm, Zellen oder Akkus gibt es denn? Ein, meiner Meinung nach, oder was ich jetzt eben als, als an der Seitenlinie, äh, stehender, sehr interessant fand, war eine Ankündigung von, äh, Kettle, also Kettle ist einer der größten, äh, Player in diesem Batteriemarkt, äh, und die hatten, äh, also es ist ein chinesisches Unternehmen, und die hatten auf einer Online-Veranstaltung, die sich Techzone nennt, hatten die eine Natrium-Ionen-Batterie-Technologie der ersten Generation vorgestellt, und, äh, bei dieser Natrium-Ionen-Zell-Technologie, äh, geht's eben darum, dass, ähm, Lithium, das ja doch einen relativ volatilen, ähm, Markt hat, äh, durch Natrium zu ersetzen, und, äh, die sollten im Grunde ähnlich funktionieren, wie die Lithium-Ionen-Batterien, aber eben einfach nur auf Natrium-Basis, und Natrium ist halt relativ gut verfügbar, ja, äh, Natrium-Chlorid ist halt einfach normales, äh, Kochsalz, das du aus dem Meer gewinnen kannst, äh, das soll halt eine potenziell kostengünstigere Alternative sein, ähm, aber leider hat Kettle hier keine genauere Angabe zur Zusammensetzung gemacht, oder zur Performance dieser Natrium-Ionen-Zellen, fände ich aber mal sehr interessant, ähm, liegt ja auch irgendwo nah, Lithium und Natrium sind sehr nah im Periodensystem, haben ähnliche, also teilweise ähnliche, ähm. Also konkret, Lithium ist eine Periode, äh, in Periode 2 und Natrium ist in Periode 3, beide in der ersten Hauptgruppe, also das ist quasi, äh, haben ähnliche Eigenschaften, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Genau. Ja. Und, äh, da, da sehe ich schon nochmal, da könnte sich echt was tun, da bin ich mal sehr gespannt, was da, äh, bei rauskommt jetzt in den nächsten Jahren, und vielleicht haben wir da eher nochmal, ähm, so einen Durchbruch. Womit kann man diese Lithium-Ionen-Akkus noch ersetzen? Unter anderem durch Nickel-Cadmium. So, jetzt, jetzt guckt der Justin ein bisschen schell, äh, Lithium-Ionen-Akkus wurden nämlich eigentlich als Substitut für Nickel-Cadmium-Batterien oder Akkus hergestellt, äh, und entwickelt und weiterentwickelt. Also, vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr unseres Jahrgangs seid, in der Kindheit hat man diese Doppel-A- oder AA-Zellen, und da steht dann immer N-I-C-D drauf, ähm, oder N-I-M-H, also Nickel-Cadmium oder Nickel-Metall-Hydrid, ähm, die dann inzwischen eben durch Lithium ersetzt worden sind, und deshalb halten auch unsere Smartphones und Handys und Laptops deutlich länger als damals. Korrekt, und das ist eigentlich bezeichnend dafür, äh, überall, wo man heute Lithium-Ionen-Akkus einsetzt, für andere Akkutechnologien in der Vergangenheit, kann man natürlich auch diese anderen Akkutechnologien einsetzen, und, äh, nachdem es da um Energiespeicherung geht, äh, muss man auch nicht immer nur einen Akku haben, sondern kann eigentlich jede Form von Energiespeicherung je nach, ähm, Grundlage annehmen. Und unter anderem eben, äh, teilweise zumindest die nette Brennstoffzelle, von der wir ja in der Vergangenheit sehr viel, äh, gehört haben. Da gibt's ein sehr interessantes Video von Harald Lesch von 2019, äh, der damals eben, ähm, ja, äh, Wasserstoff und die, äh, Brennstoffzelle sehr stark gepusht hat und gesagt hat, äh, reine Elektroautos sind ja, äh, irgendwie nicht sinnvoll, sondern, äh, Wasserstoff ist die Zukunft. Äh, was interessant war, damals war Wasserstoff, er hat sich ja inzwischen auch schon korrigiert. Ja, genau, er hat sich mittlerweile auch wieder korrigiert, aber ich weiß nicht, ob jeder die Korrektur so mitbekommen hat, ähm, ja, und er, äh, war damals halt der Meinung, und bis heute sind ja viele der Meinung, dass eben, äh, die Wasserstofftechnologie die stabilste und resilienteste wäre, denn Wasserstoff kann ja auch gespeichert werden, diese Brennstoffzellen altern, nicht laut seiner Aussage damals, dass es mittlerweile auch, äh, überholt, denn Brennstoffzellen altern auch, denn die erzielbare Leistung sinkt und, äh, die produzieren halt einfach weniger Spannung, ähm, wegen dem Wasserhaushalt in der Membran, die Membran nutzt sich dann ab und nach so circa, äh, 8000 Betriebsstunden merkt man das dann schon auch. Ähm, es gibt hier auch die Überlegung, dass eben, äh, Akkus ja ineffizient sind und Wasserstoff ist effizienter, beziehungsweise, dass bei der Wasserstoff, äh, bei der Wasserstoff, äh, also es gibt auch die andersrum, die Argumentation, dass eben bei der Umwandlung von Wasserstoff in Energie, äh, eben viel, Also in der Brennstoffzelle, wenn du, wenn du Glück hast, äh, also wenn du ganz viel Glück hast, dann schaffst du 80 Prozent, eher 60 Prozent Energieeffizienz. Ja, und du hast ja vorher nochmal auch die Herstellung von diesem Wasserstoff. Und dann hast du nochmal die Wasserstoffherstellung, die auch nochmal nicht gerade glorios effizient ist, natürlich. Also insgesamt könnt ihr euch, äh, merken, immer wenn ihr in irgendeiner Form Energie umwandelt und Energie wird ja nicht produziert, ne, also es ist ja eigentlich keine Stromproduktion, sondern es ist eine Umwandlung. Ich verbrenne meine Kohle, ja, also erstmal, ich habe Kohle, die hole ich aus dem Boden, die verbrenne ich, dann erhitze ich dann mit Wasser, das Wasser geht in Dampf über, den Dampf haue ich durch eine Turbine, also mechanische Energie und da gewinne ich dann Strom raus. Ja, also hat man da immer wieder... Moment, dann drehe ich, dann drehe ich erstmal Magnete in einem Spul und da induziere ich dann über ein Magnetfeld, was ich dort aufbaue, dann eine Spannung und einen Strom induziere ich dann in meinen Stromleiter und das habe ich dann als Stromnetz. Also da sind halt ein paar Umwendungsschritte drin. Und bei Wasserstoff würde ich jetzt so weitermachen, diesen Strom nehme ich dann, haue den in eine Elektrolysezelle, mache daraus dann wiederum Wasserstoff, den Wasserstoff haue ich dann wiederum in eine Brennstoffzelle, mache daraus Strom und haue das dann in eine Elektrolysezelle. Was auch nicht unbedingt der effizienteste Prozess ist, um den überhaupt transportieren kannst, dann hast du das Problem, dass der Wasserstoff, weil es das kleinste Element ist, was wir haben, tendenziell gerne durch alles, also wirklich alles durchdiffundiert. Das ist ein höllisches Problem, wie kriege ich hin, dass ich irgendeinen Tank, irgendeinen Behältnis, überhaupt Wasserstoff dicht mache, weil das einfach durchdiffundiert, selbst doch Metallbehälter. Dann kannst du es irgendwo hintransportieren, wenn es super kalt ist, unter Wärmeverlusten, wenn es unter hohem Druck ist, hast du halt riesige Energie aufgebraucht. Und dann ist die Frage, ob du diese Energie dir auch wiederholst, also wenn du quasi von 700 Bar auf wieder 1 Bar Druck gehst, ob du diese Energie dir wieder rausholst oder ob du die dann verpuffen lässt, dann packst du es irgendwie in dein Auto rein, dann hast du noch eine Brennstoffzelle mit 60, 70, wenn wir nett sind, Effizienz. Und dann nimmst du den Strom, der dann da rauskommt, speichelst ihn wirklich nochmal in deine Akkuzelle in deinem Auto, nämlich als Puffer, ziehst aus dem dann wiederum den Strom raus, um ihn in deinen Motor zu packen und dann elektrisch zu fahren. Läuft. Ja, also man sieht hier, das ist nicht so ganz ohne. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn ich das jetzt in meinen Akku reinpacke, dann habe ich auch diese ganzen vorherigen Prozessschritte, aber man muss auch dazu sehen, bei einem Benziner zum Beispiel habe ich ja auch die gesamte Raffinierung und Aufbereitung von diesem Kraftstoff, der auch wieder transportiert werden muss. Und beim Stromer hast du nicht alle Prozessschritte, weil du hast weder eine Kompression, noch hast du eine Verflüssigung, die beide nicht effizient sind und dann eine Rückumwandlung, die auch nochmal ineffizient ist. By the way, Fun Fact an dieser Stelle, was du nämlich vorhin gesagt hast, dass du Materialien brauchst, die nicht wasserstoffdurchlässig sind. Dreimal darfst du raten, mit was diese Tanks legiert werden? Nickel. Also habe ich genau, ja, ist so ein bisschen lustig, weil ja oft gesagt wird, ja, bei Wasserstoff brauche ich ja ganz viele Materialien nicht und so. Stimmt halt auch wieder nicht, weil ich habe irgendwie PGMs, also Platin-Gruppenmetalle in der Brennstoffzelle, gut, nur ein paar Gramm, aber trotzdem habe ich die da drin, ja, übrigens auch im Verbrenner, im Autokatalysator und ich habe dann halt auch wieder so Sachen wie Nickel und Co. Also diese Rohstoffthematik ist jetzt bei den Akkus, ja, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, da hast du überall eine Rohstoffthematik, ja. Also es gibt so ein paar lustige Argumente dafür, dass Wasserstoff oder auch Verbrenner besser sind und zwar ist es ja so, dass du beim Akku keine oder wenige Verluste hast, da eben keine Energieumwandlung stattfindet. Das heißt aber auch, du brauchst bei deinem Elektroauto im Winter eine Heizung, die dann meistens aus Strom Wärme macht. Das Problem hast du beim Diesel und beim Wasserstoff halt eher nicht, weil beim Wasserstoff halt diese Zelle allein viel Abwärme produziert und beim Diesel halt auch, aber das ist halt eher so ein bisschen so. Ja, aber und da ist halt dann der Punkt, benutzt du einen Ohmschen Wärmer, der per Definition 100% Effizienz arbeitet oder benutzt du eine Wärmepumpe, die mit mehr als 100% arbeitet und du siehst bei den Tesla Model 3 seit zwei Jahren, inzwischen auch Model Y und S und X, auch, dass sie angefangen haben, diesen einfach vergleichsweise ineffizienten Heizungsmodus, wo du einfach Strom durch ein Glühdraht im Endeffekt jagst, ersetzt haben, durch eine Wärmepumpe und dann hast du auch viel weniger dieses Heizproblem. Genau, ja. Also insgesamt, das sind alles Probleme, die lösbar sind beim Elektroauto und jetzt muss man auch nochmal was sagen, wenn du ein Elektroauto weiterentwickelst und baust und die Technologie weiterentwickelst, dann hat das ja indirekt auch Vorteile für die Brennstoffzellentechnologie, weil du dort ja auch einen Akku brauchst, um eben zwischenzupuffern und so weiter und so fort. Im Grunde sind es ja beides E-Autos, weil sie halt beide E-Antriebe haben, also Elektromotoren als Antriebe haben. Das heißt, Optimierung von Elektroautos optimiert indirekt auch die Wasserstoffautos, wobei auch wieder die Frage ist, ob das so sinnvoll ist, den Wasserstoff da einzusetzen. Es gibt ja aktuell diesen Run-off, hey, wir fördern irgendwie Gaskraftwerke als nachhaltige Technologie, weil wir dann grünen Wasserstoff nehmen, um die dann zu beheizen. Also alles, was wir vorhin an Prozessen beschrieben haben, plus das Ganze dann nochmal in ein Erdgasnetz einzuspeisen, wo du erstmal auch nochmal Methan draus machst, plus das Ganze dann nochmal irgendwie in einem Gaskraftwerk umzuwandeln oder überhaupt die Turbinen so zu bauen, dass du da Wasserstoff verheizen kannst, wenn das denn geht. Und daraus dann wieder Strom zu gewinnen. Da denkst du ja echt so, äh, what? Cancel das einfach alles raus und nehme einfach den Strom direkt. Aber, ja, es geht ja da um eine Speicherung. Ja, bei Speicherung oder bei Wasserstoff, also ich glaube, dass Wasserstoff und grüner Wasserstoff sehr, sehr wichtig werden wird. Keine Frage. Der wird ziemlich groß werden, der wird wichtig werden und Ammonium in der Schifffahrt, zeichnet sich so ein bisschen ab, dass man, das ist auch ein Wasserstoffderivat, könnte man sagen, dass das sehr wichtig wird. Und was, glaube ich, noch viel wichtiger zu verstehen ist, es gibt Bereiche in der Industrie und in der Wirtschaft, die können nur mit Wasserstoff als Element dekarbonisieren. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Stahlhütte anschaue, dann kann die realistisch nur mit Wasserstoff dekarbonisieren und in der chemischen Industrie gibt es auch solche. Das heißt aber, wenn ich jetzt die Wahl habe und ich habe ein knappes Gut und grüner Wasserstoff wird auf absehbare Zeit in den nächsten zehn Jahren erstmal knapp sein, dafür sind wir zu weit von günstigen Preisen entfernt. Egal, wie günstig der Strom ist, weil die Kosten auch in der Elektrolyseuren sind, die im Moment planbar günstiger werden, aber da sind wir trotzdem noch nicht angekommen. Das heißt, wenn ich dieses knappe Gut grüner Wasserstoff habe und ich habe verschiedene Akteure und der eine Akteur kann substituieren auf was anderes, was weniger kostet und der andere muss das nehmen, dann wird der, der das nehmen muss, Stahlhütte, Chemiewerk, fast einen beliebigen Preis zahlen, um ihn zu bekommen. Das heißt, im Endeffekt wird dann der Strom, also wird der Strom nicht mehr in Wasserstoff gespeichert werden für im Regelfall, weil einfach dieser Wasserstoff statt wieder zurückzuverstromt zu werden, stattdessen eher in einem Stahlwerk landen würde, weil da haben wir genügend Nachfrage. Und das ist dann so witzig, wenn ich mir dann anhöre, dass wir dann ab 2035 irgendwie Gaskraftwerke mit grünem Wasserstoff befeuern könnten, so ja, das könnten wir, aber es ist halt völlig utopisch, dass das jemand machen würde, weil der Wasserstoff sowieso zu knapp sein wird wahrscheinlich und dann stattdessen eher in irgendeiner Chemiefabrik landen wird. Korrekt, das ist ungefähr so sinnvoll wie Erdöl und Erdgas, was echt geil ist, daraus kannst du Kunststoffe machen, das kannst du für zig Sachen verwenden, meinetwegen sogar als Dünger und wir stecken es halt irgendwie und verbrennen es einfach, ja, denkst dir halt auch so, okay. Also es gibt da so eine Nutzenkaskade, das kann man hier halt auch sehen und es gibt halt einfach Einsatzgebiete für Wasserstoff oder für jedes Material, die sinnvoller sind und welche, die nicht so sinnvoll sind, ja, deswegen, also wenn etwas gefördert werden sollte oder als nachhaltig eingestuft werden sollte, dann lasse ich sogar mit mir reden, dass man Elektrolyseanlagen damit reinnimmt und halt zum Beispiel sagt, okay, um überschüssige Energie aus PV und Wind zu nehmen, also um im Zweifelsfall mehr Last dazu zu schalten, wenn wir eine Überversorgung des Netzes haben, weil es geht ja um Frequenzhaltung im Netz, man muss ja immer so viel verbrauchen, wie man eben auch produziert und bei PV und Wind ist das halt weniger steuerbar als jetzt bei Kohle, bei Atomkraft ist es übrigens auch nicht so gut steuerbar, weil die Dinger gerne mal im Winter ausfallen, wenn es zu kalt ist oder halt einfach auch dann abgeschaltet werden müssen, ja, im Sommer, wenn es zu heiß ist, genau, oder wenn du halt gerade keinen Uran hast, dann ist das halt auch irgendwie doof, ähm, ja, auf jeden Fall. Oder wenn mal jemand mal wieder ein Loch ins Primärcontainment gebohrt hat, um den Feuerlöscher aufzuhängen, in der Schweiz. Ja, auf jeden Fall, also da würde ich sogar noch mit mir drüber reden lassen, dass du halt Elektrolyseanlagen baust, die dann halt einfach da zumindest nicht nur den Strom in Wärme umsetzen und irgendwie in einem fetten Wassertank verbrauchen, was auch gemacht wird, teilweise, um die Netzfrequenz zu halten, zumindest früher immer, da könnte ich sogar noch mit mir drüber reden lassen, weil das dann halt auch speicher- und transportierbar ist, ähm, aber halt, ja, nicht für den Einsatz dann irgendwo im Automotive-Sektor, ja, bei Brennstoffzellen-LKWs gab es sogar mal die Überlegung, könnte man eventuell sogar machen, aber insbesondere bei Privatautos lohnt sich das halt einfach nicht meiner Meinung nach, ja. Breaking Lab hat hier übrigens eine sehr gute Übersicht mal gemacht, wo er sich das ganze Thema auch angeschaut hat, Verbrenner, Wasserstoff, E-Auto, ähm, packt man hier auch mal in die Shownotes rein, da könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Aber erklär mir mal, wieso ist der Wirkungsgrad in dem E-Auto nach dem allen, was wir besprochen haben, jetzt schlechter als bei einem Verbrenner? Ähm, ich vermute, das ist aber nur eine Vermutung von mir, äh, er bezieht sich hier insbesondere auch auf das Thema, ähm, Produktion des Stroms, und da hast du ja, ähm, auch Wirkungsgradverluste, einfach durch die Netzübertragung, äh, und Co. So, und, ähm, ja, eigentlich interessant. Äh, weiß ich nicht, wie ihr das abgrenzt, das ist immer die Frage, wie du deine, ähm, Systemgrenzen ziehst, müsste ich mir nochmal angucken, weiß ich gerade nicht mehr. Äh, für euch, äh, zur Transparenz, hier gibt es so eine Grafik von Breaking Lab, wo er eben, ähm, mit Grün, Gelb und Rot einmarkiert hat, ähm, verschiedene Punkte wie CO2-Emissionen, Umweltbilanz, Reichweite, Wirkungsgrad, und beim Wirkungsgrad schneidet das E-Auto eben Gelb ab. Aber ich nehme an, ja, er hat ja immer hier eine Hierarchie gemacht von eins bis drei, also eins ist immer rot, eins ist immer gelb, eins ist immer grün, und ich nehme an, dass hier halt der Verbrenner grün ist und E-Auto halt gelb, und ich nehme an, die geben sich nicht viel, ja. Also, er gibt trotzdem keinen Sinn, beim Benziner kommen irgendwie zwölf Prozent, glaube ich, im Antriebsstrang an, und du kannst im Strom ganz viel machen, aber dass nur noch zwölf Prozent ankommen bei dir in deinem Auto, dann weiß ich jetzt nicht. Ja, weiß ich nicht, vielleicht hat er das gar nicht so richtig sein. Ich glaube, es ist zwölf oder achtzehn, aber unter zwanzig, glaube ich. Aber müsste ich mir nochmal angucken, weiß ich jetzt auswendig leider gerade nicht mehr, kann aber sein, dass der Wirkungsgrad, also dass er da die Systemgrenze halt so gezogen hat, dass er sich die Herstellung des Treibstoffs nicht anschaut. Könnte ich mir vorstellen. Ja, der ist halt bescheuert. Ja, weiß ich nicht. Also kann ich jetzt nur mutmaßen, deswegen brauchen wir da auch nicht flamen, ich fand, das hat er sehr gut gemacht, das Video insgesamt, aber können wir nochmal vielleicht nachliefern. Vielleicht schreibe ich es in den Show Notes rein, wenn ich es mir nochmal angeguckt habe. Gut, jetzt hat man ja Recycling und Substitution. Eine ganz interessante Geschichte wäre noch Urban Mining. Urban Mining bedeutet, wir haben irgendwie Gebäude, also dazu können auch Autos teilweise und wir holen hier eben die Materialien raus. Also wir haben eine Mine, die urban ist, also eben aus der Stadt holen wir jetzt unsere Materialien nochmal raus. Das kann auch Abfall sein, also da gibt es eben so Deponie Mining, wo man eben schaut, man hat Adel Deponien, auf der alles mögliche deponiert wurde und da holt man jetzt nochmal Dinge raus. Und da gibt es eine coole Übersicht von der EU und zwar gibt es die urbanminingplattform.eu und da kann man eben auch sich mal anschauen, welche Elemente sind denn in welchen Batterien wo drin enthalten und sieht dann eben so den Stock oder auch den Waste im Gesamtsystem, wollte ich hier einfach nochmal mit reinnehmen. Und auch für andere Materialien fand ich das sehr interessant, sich das mal anzuschauen, um eben so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ist denn was drin. Das heißt jetzt noch nicht, dass man das da einfach rausholen kann, aber es ist zumindest mal eine Überlegung darauf zu schauen, wo könnte man denn das rausholen. Und wo würde sich denn auch eventuell dann finanziell lohnen, weil wir wissen ja alle, wir leben halt leider oder zum Glück, je nachdem wie man es sieht in einer kapitalistischen Gesellschaft, da gehen wir halt auch den Weg des geringsten Widerstands oder den Weg der geringsten Kosten als erstes und das hat hier eben auch eine Relevanz. Wo wir bei Handel und Weltmarkt wären, da muss man nochmal eine Unterteilung treffen, was den Handel angeht, die hatten wir ja vorhin schon auch getroffen, zwischen den Lithiumcarbonaten oder Lithiumcarbonatequivalenten LCEs und den Lithiumhydroxidmonohydraten. Ja und eigentlich auch nochmal Konzentraten, also dieses Spodumin, ja genau, das sind dann eben Konzentrate, die werden teilweise auch gehandelt, aber normalerweise sind so die Zwischenprodukte Lithiumhydroxidmonohydrat und Lithiumcarbonat wichtig und relevant. Da gibt es auch Spezifikationen über die Reinheit, also an der Börse hat man fungible Güte, dementsprechend müssen die auch ganz, ganz, ganz klar definiert sein, hat man bei Erdöl ja auch in der Erdöl-Episode auch mal gehabt, da sind dann so Sachen wie Schwefelgehalt und so weiter und so fort und ähnlich hat man das eben hier auch bei den Lithium-Zwischenprodukten. Jetzt ist es interessant sich mal anzuschauen, wo geht denn dieser ganze Handel hin, was passiert denn damit und was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass bereits 2015 Deutschland der weltweit fünftgrößte Netto-Unporteur von Lithiumcarbonaten war, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich so dachte, so ja, wir haben ja mit unserem Automobilbau das ziemlich verpennt, was jetzt Elektroautos angeht, aber man muss halt dazusehen, dass das ja nicht nur für Elektroautos, Elektroautos eingesetzt wird, sondern eben auch in der chemischen Industrie, wo Deutschland ja relativ stark ist, eingesetzt wird und wir eben auch so Fertigung von Gläsern oder Bildschirmen hatten, lange Zeit und dadurch dann eben Deutschland hier doch auch, ja, viel verbraucht hat. Vielleicht machen wir nochmal so einen kurzen geschichtlichen Abriss, sag ich mal, über auch die Preisveränderung, weil das bei Lithium doch sehr relevant ist. Wir haben es in den letzten Monaten ja gesehen, dass die Preise sich sehr schnell nach oben und nach unten bewegt haben und das ist auch so ein bisschen typisch für den Lithium-Markt. Das haben wir nämlich auch in der Vergangenheit immer wieder gehabt, dass sich hier die Preise doch sehr schnell verändern. Fangen wir einfach mal an, so Mitte der 80er Jahre hatten wir halt, ja, Gewinnung von Lithium im Solo-Betrieb, vor allen Dingen im Salar de Atacama in Chile, hat man ja auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt. So, da hat das Ganze auch angefangen, hat sich dann über die nächsten zehn Jahre bis Mitte der 90er Jahre rum, ja, so entwickelt, dass wir da für eine Tonne Lithium-Karbonat real rund 3000 US-Dollar gezahlt haben, ja. Durch diesen Abbau aus Solo-Vorkommen hat sich in den nächsten fünf Jahren das dann so verändert, dass wir auf einmal ein enormes Angebot an Lithium dazugewonnen haben, ja, und dann 2000 rum der Preis gesunken ist, so 2000 Jahre rum, dann auf 2700 Dollar, jetzt 300 Dollar hört sich jetzt nicht viel an, aber es sind halt immer nur 10 Prozent, was jetzt da für so ein Metall schon auch nicht wenig ist in fünf Jahren und wir sehen dann hier auch eine Veränderung in den Mitte der 90er Jahre, es sind einige neue Unternehmen da mit dazugekommen, zum Beispiel der Lithium-Produzent SQM ist in den Markt eingetreten, Ende der 90er Jahre wurde eben hier alles auch ausgeweitet, was die Solo-Förderung angeht, das Ganze wurde auch wettbewerbsorientierter und wir sehen jetzt eben in den letzten Jahren, also so ab 2005 bis 2010, da ist auf einmal die Nachfrage angestiegen, eben insbesondere für Batterien, damals noch nicht für Elektroautos, sondern eben vor allen Dingen auch für Consumer Electronics, also wer sich so ein bisschen dran erinnert, war so die Gameboy-Zeit, ja, auch die Laptop-Zeit, wo eben dann vermehrt Akkus gebaut wurden, dann ist der Preis wieder gestiegen, so von den 3050 Dollar pro Tonne auf teilweise 6600 Dollar pro Tonne, das ist halt eine Verdopplung, 2010 rum hatten wir dann wieder, wer sich erinnert, die Weltwirtschaftskrise 2009, ja, 2010 rum, ist dann die Nachfrage nach so Konsumgütern massiv nach unten gegangen und damit ist dann auch der Preis nach Lithium-Karbonaten Anfang 2010 massiv nach unten gegangen, ja, da hatten wir dann so Verluste von 15 bis 42 Prozent von den Verkaufszahlen dieser Produkte, das hat sich halt dadurch auch auf den Lithium-Preis durchgeschlagen, weswegen dann hier auch einige Minen geschlossen wurden, 2010 rum, jetzt gibt es aber auch wieder andere Quellen, die sagen, naja, neue Projekte wurden gleichzeitig auch wieder angestoßen und aufgemacht, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, wie sich da der Markt verändert hat, man hat auf jeden Fall eben sehr viele Preisfluktuationen gehabt, nach oben, nach unten, aber das hat man insgesamt bei allen Industriemetallen gehabt, ja, wenn man sich das im Chart anguckt, dann ist der aufs Jahr gesehen sehr stabil, aber wenn man sich das jetzt mal über die Monate anschaut, dann fluktuiert das dann doch sehr stark. Die neueren Preisdaten der DERA, also der Deutschen Energie- und Rohstoffagentur, zeigen in den letzten Monaten, also vor allem 2021 rum, einen starken Preisanstieg. Hier hat sich seit dem Jahresanfang 2021 der Preis für die Konzentrate, also für die Spudumen, 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 Konzentrate fast versechsfacht. Für batterietaugliches Lithiumhydroxid ist es um 300% auch umgegangen, also verdreifacht, ja. Batterietaugliches Lithiumhydroxid ist übrigens eine dieser Klassifizierungen, um eben die Qualität hier einstufen zu können. Battery-Grade, genau, es gibt verschiedene Klassifizierungen, weil die Reinheitsanforderungen für Batteriezellen sehr hoch sind und das andere, was, also die Aufmerksamen werden schon gefragt haben, ja, das ist schön und gut, wenn der Preis steigt, aber das ist ja nur dann relevant, wenn das auch signifikant den Preis der Batteriezelle ausmacht, da, aber ich glaube, es sind circa 70 oder 80% der Kosten einer Batteriezelle auf die Rohstoffe zurückgehen, kann man sich vorstellen, ja, wenn da mal eben 300% mehr Rohstoffkosten da sind, selbst wenn das jetzt nur 50% der Kosten werden, dann spürst du das ziemlich schnell auch im Gesamtpreis. Korrekt, umso effizienter wir auch hier in der Fertigung werden, weil wir haben ja diesen Effekt, dass umso länger man fertigt, umso besser wird man ja auch, ja. Umso mehr werden die Rohstoffpreise auf einmal auch relevant, weil umso weniger jetzt die Kosten an Fertigung und allem außenrum ausmachen, umso mehr schlagen sich dann auch diese Rohstoffpreise durch, weswegen man hier eigentlich eine Stabilität haben wollen würde, das aber halt eher so nicht der Fall ist. 2018 hatte man hier auch schon mal Rekordstände erreicht, die dann eben jetzt 2021, 2020 auch übertroffen wurden, also vor allem 2021 und das geht vor allen Dingen eben zurück auf das, was wir auch schon öfters gesagt haben, den Boom der Elektromobilität. Durch diese hohen Preise wurden jetzt auch wieder viele Projekte aufgenommen, teilweise auch alte Minen wieder aufgemacht und eben auch die Kapazität dort erweitert, weswegen man kurzfristig ein massives Überangebot an Lithium erwartet. Und hier eigentlich auch dann wieder sinkende Preise erwartet, wodurch dann wieder die Produktion gekürzt werden müsste und so weiter und so fort. Das Ganze nennt sich Bullwipe-Effekt beziehungsweise Schweinezyklus, dadurch, dass man eben dieses Steuern nach den Preisen hat und hier dann, ja, das Angebot und die Nachfrage eben nicht sofort sich aufeinander einstellen können, dass das eben dann zur Übersteuerung immer wieder führt. Was ein Rekordergebnis ist, nur damit ihr das in den letzten Jahren mal einschätzen könnt, der australische Lithium-Produzent Pilbara Minerals erreichte eben am 26. Oktober 2021 ein Rekordergebnis von 2350 US-Dollar pro Tonne Spodumene und Spodumene enthält ungefähr 5,5% Lithiumoxid. Und hier merkt ihr jetzt auch, wir hatten oben einen Preis von 6.600 Dollar pro Tonne, hier sind es auf einmal Nummer 2350 US-Dollar pro Tonne. Die Preise zwischen den unterschiedlichen Kategorien unterscheiden sich teilweise enorm, einfach, ja, wenn ich nicht Battery-Grade Lithium habe, dann wird das schwer, das im Battery-Grade einzusetzen. Und da muss man sehr genau hinschauen, wenn dann auch davon gesprochen wird, die Preise sind um so und so viel Prozent gestiegen. Welche Preise denn? Was liegt denn da drunter, ja? Weil einen direkten Lithium-Preis per se gibt es in dieser Form eigentlich nicht. Es gibt ein paar Indizes, die versuchen, das irgendwie nachzuzeichnen. Ja, aber da muss man immer auch die Relation sehen. Und als Relation zwölf Monate vor diesem Rekordergebnis von 2350 US-Dollar pro Tonne lag der Spodumene-Preis unter 400 US-Dollar pro Tonne. Ja, was einfach, das ist ein ordentliches Wachstum in einem Jahr, ja. Die Lithium-Ionen-Batterien werden auch manchmal abgekürzt als LIB. Und hier kann man auch mal auf die Exporte schauen, also diese LIB-Batterien für Elektrofahrzeuge. Hier haben vor allem die Chinesen sehr viel exportiert. Und im ersten Jahr, im ersten Halbjahr 2021 ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum, also erstes Halbjahr 2020, sind die Exporte hier um 66 Prozent angestiegen, was auch schon sehr extrem ist. Was aber dazu geführt hat, dass die Lagerbestände in China für batterietaugliche Lithium-Karbonate durch diese massive Mehrproduktion im Vergleich zum Vorjahresmonat, also im August, im Vergleich zum September, sind die um 90 Prozent gesunken, die für Lithium-Hydroxid um rund 66 Prozent. Und das zeigt auch schon, dass eben China hier, ja. Gestiegen, steht hier. Wie bitte? Du hast gesunken gesagt, da steht gestiegen. Nee, die Lagerbestände sind gesunken. Achso, nee, die Lagerbestände sind gesunken, sorry, ja. Weil die Chinesen eben hier mehr Produktion, oder diese Mehrnachfrage vor allen Dingen eben über ihre Lagerbestände abgesenkt haben. Aber das geht halt auch nur begrenzt. Und jetzt haben wir hier halt wieder Probleme in der Lieferkette. Wir hatten es ja vorhin auch mal kurz erwähnt. In China gab es so Probleme, also in der letzten Episode hatten wir es kurz erwähnt. In China gibt es immer wieder Probleme mit der Energieversorgung, weil China eben die Kohlekraftwerke runterreguliert hatte und eben hier die Einfuhr von Kohle aus Australien gestoppt hatte. Weswegen die eben auch Produktionskürzungen hatten, eben bei der Weiterverarbeitung der Batterierohstoffe und eben bei der Fertigung. Insbesondere bei der Kathodenfertigung hat man eben einen hohen Energieeinsatz, der erforderlich ist. Also so 10.000 bis 12.000 Kilowattstunden pro Tonne nickelreicher NMC-Kathode. Kann man sich das nur mal Pi mal Daumen merken. Das ist schon ein bisschen Energie, die da reinfließt. Und wenn hier die Energieversorgung eben nicht sichergestellt werden kann, beziehungsweise die haben hier eben insbesondere für die Technologie oder für die Fertigungseinrichtungen, die hohe Energieeinsätze benötigen, haben sie eben hier als erstes gekürzt. Ja, dann muss hier eben die Fertigung eingestellt werden oder eben gedrosselt werden. Im September wird sie komplett eingestellt zum Beispiel. Und das schlägt sich dann natürlich auf den globalen Markt durch. China hat jetzt die Kohlekraftwerke teilweise wieder hochgefahren, aber hat jetzt auch in der Vorbereitung der Olympischen Spiele, ja, gibt es so eine Politik, dass sie eben die Clean Skies haben wollen, ja, damit das alles hübsch aussieht und sich die Emissionsdaten auch ein bisschen verbessern. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Die haben dann so, ja, politische Ziele, die sie erfüllen wollen. Jetzt gab es aber vor ein paar Tagen die Nachricht, dass jetzt auch der Export aus Indonesien, glaube ich, von Kohle eingestellt wurde, was aber ... Aber von indonesischer Seite diesmal, weil die Angst hatten, dass sie selber nicht genug Kohle haben. Weil eben China vor allen Dingen indonesische Kohle dann gekauft hat, um den Ausfall der australischen Kohle eben aufzufangen. Hier gibt es aber dann auch schon die ersten Ankündigungen von chinesischer Seite, dass das diesmal keine Probleme ist, weil sie sich diesmal vorbereitet haben. Nein, es gibt hier nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Ja, wir werden mal schauen, wie sich das auswirkt. Müssen wir mal schauen. Ja, jetzt kommt ja noch auch eben Corona ... Wo sind wir? 2.0. Was ist Omikron? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Emikron, weil der dazu, die jetzt auch in China so langsam ankommt. Und dann werden wir jetzt auch noch mal sehen, wie sich das alles auswirkt. Insgesamt vom Trend her kann man festhalten, wir haben eine hohe Nachfrage nach eben hier diesen Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben gesunkene Lagerbestände, also weniger Flexibilität an batterietauglichen Lithium-Verbindungen. Und ja, das insgesamt ergibt das overall höhere Preise. Und ja, hier bleibt es halt weiterhin unsicher, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Da habe ich da noch mal ein paar Charts mitgebracht, die man sich da anschauen kann. Insbesondere gibt es einen sehr interessanten Chart von der DERA zur gemeinsamen Entwicklung der Produktion und des Realpreises von Lithium. Und da sieht man eben zwischen 1950 und 1993, dass das irgendwo so auf einem Niveau hin und her gependelt ist. Und dann sieht man eben, dass bis 2007 die Preise dann komplett durchdrehen und man hier eigentlich keinen wirklichen Zusammenhang mehr erkennen kann. Hier wurde dann zwar in einer Regressionslinie reingelegt, aber da kann das jeder selber beurteilen, wie weit ich denn aussagekräftig bin. Also möchtet ihr auf eure Kapitelmarke schauen. Diese Regressionslinie ist, glaube ich, somit das Mutigste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, das war schon sehr lustig. Ja, aber trotzdem, es bleibt spannend. Und es bleibt auch sehr spannend, welche Auswirkungen eben solche Schock-Events auf den Preis weiterhin haben und wie das Ganze weitergeht. Ja, und wenn wir uns diese Preisschocks eben anschauen, dann ist es ja natürlich auch interessant, darüber nachzudenken, wie schlägt sich das denn durch auf die Versorgung mit solchen sogenannten Powerpacks. Also der Begriff Automotive Powerpacks ist eben dann für die fertig produzierten Akkus im Auto oder eben für diese Akku-Packs. Akku-Packs. Also von der Aufbau her habe ich die Zellen, die sehen so aus wie die Doppel-A-Batterien, die man kennt, bloß in einer anderen Größen-Dimensionierung. Und die werden zusammengepackt in ein großes Paket, also in eine Pizza-Box. Und in dieser Pizza-Box stehen die dann senkrecht drin und das ist dann das Battery-Pack. Und dieses Battery-Pack ist dann in der Regel bei modernen Stromautos zentral unter den Sitzen, quasi auf der ganzen Unterseite der Unterboden, da ist dann dieses Pack enthalten. Und das ist das Battery-Pack. Und da kommt dann quasi ein Stromanschluss raus und der geht dann ins Auto. Also das Pack besteht daher nicht nur aus den Kosten der Zellen, sondern eben auch aus der Integration der Zellen in das Pack. Aber das ist das Relevante, weil der Autohersteller zahlt im Endeffekt für das Pack und nicht nur für die Zellen. Weil der Autohersteller häufig das Pack auch nur zum Teil selbst herstellt und das Pack häufig dann von einem LG Cam oder einem Samsung oder Cuttle inzwischen auch immer mehr zusammengebaut wird und dann integriert wird seitens des Autoherstellers. Das ist übrigens ein Unternehmen, das diese Automotive Power Packs zusammenpackt und hierfür insbesondere auch die Software baut und eben da sehr aktiv ist. Ich glaube aber, die sind dann eher so in der Vor-Serien-Fertigung aktiv. Aber da ist Deutschland auch nicht ganz außen vor. Also da haben wir doch ein paar Kompetenzen auch in Land. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, man würde jetzt annehmen, die Preise steigen oder sind sehr volatiler, würde man annehmen, ja klar, für die Automotive Power Packs steigen die Preise auch daran an. Dame ist nicht der Fall. Also ich habe hier so einen Chart auch wieder mitgebracht. Von 1995 bis 2019, also 1995 war der Preis für so einen Automotive Power Pack, also US-Dollar pro Kilowattstunde, bei 6.745 Euro, 2019 bei 156 Euro. Und da sieht man auch ganz klar eine Kurve nach unten, die sich jetzt so ein bisschen abgeflacht hat in den letzten Jahren, aber die weiterhin nach unten geht. Und einfach, weil wir immer besser darin werden und effizienter darin werden, diese Dinger zu bauen und dann halt auch Economies of Scale dazu kommt, ja. Und ja, schauen wir mal. Das Spannende da kann halt sein, dass die Gesamtkosten für das Ding zwar sinken und dass diese sinken, wo wirklich enorme Einsparungen in der Produktion entstehen, aber gleichzeitig, was wir aber noch nicht sehen, die Rohstoffkosten steigen, das ist die eine Variante und dass wir das dann bald sehen. Die andere Variante ist, dass, und das heißt auch noch nicht unbedingt, dass deshalb die Autos teurer werden, weil ob der Autohersteller diese Kostenerhöhung überhaupt durchreicht, ist eine andere Frage. Aber das Spannende, es könnte halt auch sein, dass die Autohersteller über langfristige Kontrakte, die unabhängig von den öffentlichen Märkten agieren, diese Preiserhöhungen erst in 5 oder 10 Jahren überhaupt spüren würden, wenn ihre vorhandenen Kontrakte auslaufen. Und das führt dann zu interessanten Aspekten, wo, wenn ein Autohersteller jetzt noch keine Kontrakte hat, er quasi sich auch für die nächsten 5 Jahre möglichst schlechter stellt, als die, die jetzt schon günstiger haben. Korrekt. Und man muss dazu auch sehen, dass diese Terminkontrakte, also das sind ja jetzt alles Forward Agreements, also welche, die die Automobilbauer direkt mit dem Hersteller haben. Es gibt dafür ja keinen, oder bisher gab es keinen reglementierten Terminmarkt, der dann auch Transparenz herstellt, was jetzt aber so langsam kommt. Und da sieht man auch wieder, oder das habe ich ja in meiner Masterarbeit auch mir angeschaut, sodass Hedging und Spekulationen nicht immer schlecht sind, sondern eigentlich bei sowas dann auch dafür sorgen oder den Zweck haben, oder die Börse insgesamt den Zweck hat, Volatilität auch zu glätten. Ja, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, weil wir schauen uns jetzt einfach mal die Investments in Lithium-Projekte an. Investments sind nötig, um eben neue Kapazitäten aufzubauen. Und jetzt sieht man zum Beispiel, dass 2017 recht hohe Investments insgesamt getätigt wurden. Und wir erinnern uns, da waren die Preise hoch. Da hat man dann eben auch von der Rentabilitätsrechnung her sich viel versprochen und hat eben mehr Geld dafür ausgegeben. Danach ist die Preisbewegung wieder nach unten gewesen. Die Investments sind wieder zurückgegangen. Insgesamt war hier halt auch wieder eine hohe Volatilität, was halt Investitionen nicht unbedingt begünstigt. Aber hohe Volatilität ist gut für Spekulanten, wenn es denn hier einen nennenswerten Terminmarkt gäbe. Und wenn du Spekulationen hättest, ich meine, was macht ein Spekulant, der kauft, wenn es günstig ist, und verkauft, wenn es teuer ist. Damit hat er automatisch eine Pufferfunktion. Also außer, er ist jetzt irgendwie ein Marktbeherrschend und fängt an zu kaufen, so wie bei dem Uran, und kauft und kauft und kauft und kauft, um die Preise künstlich nach oben zu treiben. Also er kann auch die Volatilität treiben. Aber insgesamt, wenn Spekulationen an einem gewissen Rahmen stattfinden, dann glättet sie eigentlich Volatilitäten. Was gut wäre, ja. Weil hohe Volatilität ist schlecht für Minenbetreiber und insgesamt eigentlich für alle schlecht, weil es halt keine Preissicherheit gibt. Erstens das, und zweitens führt es halt dazu, und das ist halt das Fiese hier an der Stelle, wenn ich sehe, dass in 2017 viel investiert worden ist, dann sehe ich die Auswirkungen dieses Investments, wenn ich Glück habe und es nicht in der Zwischenzeit gecancelt wird, halt in der Regel fünf bis sieben, häufig zehn Jahre später erst, in dem Online-Gen von neuen Förderstätten. Jetzt weiß ich aber, dass meine Nachfrage, wenn jetzt nicht irgendwie das, keine Ahnung was passiert, dazu führen wird, dass mehr E-Autos gebraucht, gebaut und nachgefragt werden. Und die Nachfrage geht hoch, bloß bei den Minenbetreibern, die sehen halt auf ihrem Balance-Shield, auf ihren ökonomischen Eckdaten, nicht, dass sie diesen Mehrausbau an Projekten überhaupt stemmen könnten, unter diesem Preis, weil sie halt auf Basis des Preises, den sie sehen, agieren. Der ist aber quasi aus der Perspektive des Autoherstellers, halt sieben bis zehn Jahre in der Vergangenheit. Und das ist quasi der Knackpunkt, wie das gelöst werden kann, beziehungsweise, dass da viel Investment nötig sein wird, um diese Lithium-Förderkapazitäten ansatzweise zeitnah ausreichend aufzubauen, um dann nicht quasi eine ständige Knappheit zu haben in einer Umstellung auf erneuerbare oder in einer Umstellung auf Stromautos. Von daher, das wird spannend die nächsten Jahre. Und dann haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, das ist mein persönliches Steckenpferd, da kommt auch mein Disclaimer quasi ins Spiel, dass so ein starker politischer Wille auch hinter dem Umbau zu Elektroautos ist, zum einen, und dann, wenn wir in stationäre Energiespeicher auch Lithium-Chemien verbauen, ich da dann einen Wettbewerb habe zwischen stationären Energiespeichern und Autos, und dann ist die Frage, wo landet das womöglich begrenzte Lithium in den nächsten 10, 15 Jahren? Landet es dann im Auto oder landet es auf dem Feld für Stromnetz? Weil am Stromnetz habe ich andere Alternativen wieder, da kann ich auch andere Technologien bauen, im Auto ist das deutlich schwieriger, weil da habe ich viel höhere Anforderungen an Energiedichte und an Kapazität und an volumetrische Dichte als jetzt auf dem Feld. Danke dafür, ja, voll und ganz richtig. Ist ja gleiche Frage mit Wasserstoff. Es gibt halt sinnvolle Einsatzorte für Wasserstoff, die man als erstes Mal bedienen sollte und eben nicht so sinnvoll und genau das gleiche hast du ja bei Lithium oder eben auch beim Kobalt. Und insgesamt sehen wir hier halt bei Lithium und Kobalt doch eine hohe Preisbewegung. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal anschauen, die Preisvolatilität gemessen als monatliche Standardabweichung, dann sehen wir hier im Zeitraum Januar bis, also Januar 2010 bis Februar 2021, die höchste Preisvolatilität bei Palladium, wobei man dazu auch sagen muss, Palladium ist halt sehr teuer, deswegen schlägt sich das halt dort auch nochmal höher durch, ja. Und Palladium hat halt manche Einsatzzwecke, aber ist halt auch ein Spekulationsgut einfach als Edelmetall. Bei Lithium haben wir dann die zweithöchste mit irgendwas um die 80, bei Kobalt danach dann irgendwas knapp unter 50. Bei 40 würde ich sagen, danach kommen dann Öl und Gas. Und bei Öl und Gas sehen wir diese Volatilität ja immer auch politisch bedingt und sagen, die ist da schlecht, ja. Danach kommt dann Nickel, dann Kohle, dann würde erst Kupfer und Aluminium kommen. Also bei Kupfer und Aluminium haben wir zum Beispiel eine weitaus niedrigere Volatilität im Preis als bei Lithium. Einfach weil der Markt da halt, ja, die Gegebenheiten hat, die er aktuell hat. Wo wir schon bei Spekulationen sind, ich habe ja meine Masterarbeit eben über diesen Zusammenhang zwischen Spekulation und Rohstoffpreisen und Volatilität und sowas geschrieben. Wenn euch das interessiert, kann ich die gerne mal vorstellen. Ist jetzt zwar schon wieder zwei Jahre alt oder drei Jahre? Zwei Jahre. Aber an den Grundlagen sollte sich eigentlich nicht so viel geändert haben seitdem. Aber das kann ich gerne, könnte ich gerne mal in einer Episode vorstellen. wird dann aber halt doch relativ trocken, weil das halt doch, ja, das ist eine Metaregressionsanalyse auf Granger-Kausalitätsdaten. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen nerdy Shit. Aber könnt ihr gerne mal sagen, in dem Kontext kann ich dann auch gerne mal vorstellen, warum Hedging denn eigentlich sinnvoll sein kann beziehungsweise warum es sinnvoll ist und was da so die Hintergründe sind. Ja. Gut, über das Thema Versorgungsrisiken haben wir schon gesprochen. Da packe ich aber nochmal eine Quelle hier rein. Und zwar wie eben der, die Nachfrage, die aktuelle Produktion sogar vor 2025, also in den nächsten drei Jahren übersteigen könnte. und wie das Ganze eben ausschauen könnte. Und was sich hier so tut, packen wir noch ein paar Quellen rein. Auch über die Rückwärtsintegration gibt es hier noch was. Und ja, eben auch zu dem Thema Erreichen des Paris-Erkommens beziehungsweise der 1,5-Grad-Ziele und wie sich das eben auf die Lithium-Versorgung oder Nachfrage insgesamt auswirkt. Da hatte ich auch das Szenario, das ich vorhin erwähnt hatte, nochmal hier mit reingebracht. Da müsste eine Vierfachung des Mineralbedarfs für die saubere Energietechnologie insgesamt erreicht werden. Vierfizifachung von Lithium bis 2040. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass davon ausgegangen wird, dass der Rest das genauso macht wie wir. Also dass unglaublich viele Leute jetzt auf einmal Autofahren müssen, wollen, tun. Das heißt, wenn wir anfangen würden, weniger Autos zu bauen, zu fahren, zu produzieren und genauso bessere Alternativen darstellen würden wie E-Bike, Lastenfahrrad, kleine Fahrzeuge etc. statt SUVs, dann würde man da schon diesen Bedarf wahrscheinlich schon deutlich reduzieren können. Also das ist jetzt hier in einem Szenario, also das SDS-Szenario bis 2040. Man muss da halt auch dazusehen, wenn du annimmst, dass wir hier eine Verhaltensveränderung haben, dann würdest du damit unterstellen, dass wir eine Veränderung im Verhalten haben im Vergleich zur Vergangenheit, weil bisher hatten wir das eben nicht. Wir haben gesehen, dass wir eigentlich einen Trend dazu haben, immer mehr Personal Vehicles zu haben und dass eben dieses Thema öffentlicher Nahverkehr vielleicht in den Niederlanden oder so gut angenommen wird, aber dass wir zumindest in Deutschland In Deutschland ist so ein bisschen der Holdout, aber jetzt mit Mailand, in Frankreich, in Paris, in Nordeuropa, in Kopenhagen, in Stockholm, in Niederlanden, also es wird einsam um Deutschland, will ich sagen, so ein bisschen gefühlt in dem Zunehmen von, und auch in Großbritannien mit der Zunahme von ernsthafter Fahrradinfrastruktur, die dann ziemlich schnell dazu führt, dass immer mehr Leute auch im täglichen Gebrauch Fahrrad fahren, was dann dazu führt, dass weniger Leute im täglichen Gebrauch Auto fahren und sich überlegen, brauche ich überhaupt dauerhaft ein Auto oder nicht. Okay, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Also ich meine, in Mailand haben sie jetzt angekündigt, dass sie irgendwie für 250 Millionen Euro eine Fahrradinfrastruktur aufbauen, was enorm günstig ist für hunderte Kilometer Straße. Also ich glaube, das ist vielleicht noch so eine Trumpfkarte oder so eine Joker-Karte, wenn wir die richtig spielen als Menschheit, dann haben wir eine gute Chance, wenn nicht jeder eine Blechkiste mit zwei Tonnen oder drei Tonnen bekommt, sondern vielleicht auch mit einem E-Roller oder einer E-Vespa zufrieden ist. Ja, oder halt irgendwie gibt es ja auch Shareconomy und sowas. Also mal gucken. Da gibt es ja auch nochmal andere Lösungen, öffentliche Nahverkehr und so weiter und so fort. Hast du voll und ganz recht, würde ich auch gerne sehen, aber schauen wir mal, ja. Anyhow, SDS ist das Sustainable Development Szenario. Bis 2040, da würden wir eine Vervierfachung haben. Wenn wir Netz Zero bis 2050 erreichen wollen, dann hätten wir eine Versechsfachung des Materialbedarfs. Insbesondere auch so Sachen wie Grafit, Kobalt und Nickel, aber eben auch Kupfer, weil wir ja neue Stromleitungen bauen müssen. Die sind nicht immer aus Kupfer, sondern auch aus Aluminium oder sowas. Aber da hätten wir trotzdem halt insgesamt einen Mehrbedarf, um eben die Netze da auch auszubauen. Und das fand ich doch sehr interessant, weil das, da müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir die das hinkriegen. Ansonsten, du hast es vorhin gesagt, Integration, Rückwärtsintegration ist insbesondere auch deswegen sinnvoll für einen Hersteller von Elektroautos. Denn wenn man mal anschaut, wie lange man braucht, um sich so eine Batteriefertigung oder eine Autofertigung hinzustellen, und dann muss man dazu sagen, diese fetten Fabriken, in denen Autos gebaut werden, die brauchen auch nicht, also das dauert schon auch nochmal ein bisschen, bis man so ein Teil an den Start bringt. Wir sehen es ja bei Tesla irgendwie in Grünheide, wo sie es gerade aufbauen. Weil du musst auch keine neue bauen, um ein Auto bauen zu können. Also mein VW hat auch vorhandene umgebaut jetzt zu Strom. Ja, okay, also wenn du das umbaust, geht es schneller, klar. Aber ich meine, Tesla zieht da jetzt in einem rasenden Tempo so eine Anlage hoch, so eine Fabrik, und braucht trotzdem halt ein paar Jahre. Und im Bergbau, ja. Wartet halt auf die deutschen Gerichte. Im Bergbaubereich braucht man halt da nochmal länger, als eben für diese Herstellung. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das eben alles hinkriegen. War eben auch wieder der Punkt von vorhin. Wie machen wir das denn, wenn wir hier über Nacht praktisch einen höheren Bedarf haben? Und wie gehen wir damit um? Aber wir sehen ja auch, dass es eben da Förderprogramme auch von der EU gibt oder auch von den Amerikanern. Insbesondere bei den Amerikanern finde ich es interessant, mit ihrer Build Back Better Strategie, dass sie da wirklich Punkte setzen, um eben ihre Infrastruktur on track zu bringen. Wobei die da auch deutlich hinten an sind, weil die Kosten für Straßenbau in den USA, was war es, ich glaube doppelt oder dreimal so hoch sind die in Europa im Schnitt. Und die Anzahl der Gigafactories und Batteriezellfabriken ist einfach ein Witz gegenüber denen, die in Deutschland und in Europa allein geplant sind. Also da sind wir ganz gut dabei. Also da ist nicht alles schlecht. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen bei uns ist halt auch der Schienenverkehr, auch wenn er immer wieder über die Deutsche Bahn geschimpft wird, ist immer noch besser als in Amerika. Und das ist ja das Interessante, weil ja unter beiden haben sie ja auch vor, eben da mehr Geld reinzupumpen und das auszubauen und eben wegzukommen von dem Straßenverkehr. Ja, was, also ja, das wird lange dauern, weil das ist halt natürlich die Infrastruktur schlechthin und vor allen Dingen bei den Straßen, da hängen halt ganz viele lokale Interessen auch mit dran. Und es ist ja auch dann immer die Frage, föderales System, da gibt es ganz viel Stress, deswegen ist er ja auch gerade in den Umfragewerten nicht ganz so gut und man vermutet, dass Trump wiederkommt. Aber das ist ja da auch eine politische Spekulation an dieser Stelle und dann ist es auch interessant, was wird dann Trump machen und so weiter und so fort. Aber ja, das ist jetzt erstmal, ja, schauen wir mal, wo geht es denn in der Zukunft hin? Ja, wir sehen hier einfach, dass die Preise steigen. Der Materialeinkauf wird weiterhin eine große Rolle spielen, weil einfach die Preise dann sich auch da mehr durchschlagen. Wir sehen eben, dass sich insgesamt weltweit EV durchsetzt gegenüber anderen Sachen außer in Deutschland, wo wir immer noch auf Wasserstoff sitzen. Spaß, kleiner Scherz an dieser Stelle. Und ja, insgesamt wird Lithium weiterhin relevant und interessant sein. Das führt uns zu einem anderen interessanten Punkt und zwar dem Investment in Lithium. Natürlich, wie immer, hier keine Investmentempfehlung. Alles, was ihr macht, ist euer eigenes Risiko. Wenn ihr irgendwo Geld am Finanzmarkt einsetzt, dann müsst ihr auch immer damit rechnen, dass ihr einen Totalverlust habt oder wenn ihr gehebelt reingeht, dass ihr mehr als total verliert. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die in Lithium investiert haben, dann habt ihr in 2021 eine Top-Performance eingefahren. Und zwar war der Lithium-Sektor insgesamt einer der am besten laufenden Sektoren mit einem Wachstum von 437 Prozent. Das ist natürlich kein nachhaltiges Wachstum, sondern einfach nur Spekulation oder Gambeln. Aber immerhin ist das besser gelaufen, als wenn ihr auf fossile Brennstoffe gewertet habt. Gegenfrage. Wieso ist das kein nachhaltiges Wachstum? Oder wie definierst du in diesem Kontext nachhaltiges Wachstum? Wenn ich eine Industrie habe, die von 0 auf 100 die Welt versorgen soll und jetzt in den Anfangsjahren ist und ich dann in den Anfangsjahren, 400 Prozent ist ja nicht vierfach, aber eine Achtfache der Produktion dann haben muss, auch damit ich überhaupt hinterherkomme, dann ist das ja per se jetzt nicht nur Spekulation. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Fall ist, aber pauschal zu sagen, weil 400 Prozent nicht nachhaltig, wenn es um so eine Technologie und Industrie geht. Ja, hast du natürlich recht. Ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Also ich finde es halt krass, dass es so krass steigt und ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht, aber klar, kann sein. Hast du recht, ja. Das ist ja eine andere Frage, aber quasi zu sagen, das hier wäre nur Spekulation gewesen. Ja, okay, hast du natürlich recht. Also wir haben den Fall, dass 2021 die Nachfrage nach Elitium zum ersten Mal über dem insgesamten Angebot lag. Und wir sehen hier, also S&P Global sagt das, nicht ich, wir sehen, dass dieser Gap zwischen Angebot und Nachfrage in den nächsten Jahren noch weiter auseinander geht und erst mal so bleibt. Und da hast du natürlich recht, wenn das der Fall ist, dann steigen die Preise. Also der Preis für Elitium im Durchschnitt ist um 486 Prozent auf 43.000 US-Dollar pro Tonne gestiegen, ja, laut Trade Economics. Wobei jetzt hier auch wieder die Frage ist, was bewertet Trade Economics hier als Lithium? Ja, also das ist immer das, was ich ja vorhin meinte, was so lustig ist. Aber wir sehen hier einfach, ja, krassen Preisanschehe. Hast du natürlich recht? Könnte auch insgesamtes Wachstum sein, ja. Was ich witzig fand, weil ich da eben recherchiert habe zum Thema Rohstoffe und welche sind denn da gut gewachsen, auf Platz zwei liegt Kaffee. Ja, dieses Jahr war Kaffee, Kaffee und Lithium, glaube ich, weil bei Kaffee hast du auch ... Also du hast das schlechte Wetter in Brasilien, das hier vor allen Dingen die Ernten verhagelt hat und dementsprechend ist da eben Engpass gewesen. Deswegen war das auch gar nicht so schlecht, wenn du da drauf spekuliert hast. Ja, fand ich sehr interessant. In diesem Jahr, also 2022, soll das Angebot global um 55 Prozent höher ausfallen als 2020, was schon mal auch eine krasse Erhöhung ist. Trotzdem soll die Nachfrage insgesamt immer noch höher sein und das hat man jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, dass hier eben einiges getan wird, um eben auch weltweite Reserven zu vergrößern und eben auch Milliarden investiert werden in neue Lithium-Abbau-Projekte und ja, die ganzen Umweltauswirkungen hatten wir ja auch schon mal angesprochen, Wasserverbrauch und so weiter und so fort. Da gibt es eine recht interessante Metastudie noch mal zum Thema Umweltauswirkungen von eben dieser Batterieproduktion. Da gibt es also diese Kritik an den EVs, zum Beispiel hier, ja, Wasserverbrauch haben wir ja schon. Da packe ich aber die Studie auch noch mal rein. CO2-Emissionen hat man ja auch schon, kann man auch noch mal reinpacken. Hier die Studie dazu und eben den Energieverbrauch, was man in den Fossilen auch hat. Das hat man eigentlich alles schon, denke ich, kann man auch da den Sack zumachen. Wo geht es in der Zukunft hin? Das haben wir ja auch jetzt kurz angesprochen. Australien und Argentinien werden wohl erst mal die wichtigsten Eckpfeiler der Versorgung sein, zumindest bis 2025, danach muss man dann mal schauen, wie sich andere Produktionsländer verändern oder verhalten, insbesondere auch, ob Deutschland hier den Sprung schafft. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Mammut, des Mammut-Themas Lithium, zumindest für dieses Jahr. Oder wie mein Chemie-Professor immer gesagt hat und insistiert hat, Lithium. Ja, genau, Lithium. Wer sich für das Thema Akkutechnologie interessiert, ja, wir haben es ja so am Rande immer ein bisschen gesagt, so Kobalt ist ja ein wichtiger Rohstoff für die Akkuherstellung insgesamt aktuell. Das gibt von CDF über das Thema Kobaltabbau eine recht interessante Doku. So schmutzig ist die saubere Elektroauto-Zukunft. Ja, natürlich mal wieder ein total catchy Titel, der da einfach halt polarisiert. Trotzdem fand ich es recht interessant, wie sie den Kobaltabbau sich hier anschauen. Wer sich da auch noch mal zum Thema Kobaltfreie-Akkus interessiert, das ZSW in Ulm arbeitet eben an dem Thema und hat da auch was dazu auf YouTube gestellt. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja in den nächsten Episoden irgendwann mal auch das Thema Kobalt, das wir hier anschauen. Ich hatte ja angekündigt, dass ich da jemanden kenne, eventuell sogar vom ZSW, der da eben zu dem Thema Kobalt etwas sagen könnte. Ja, vielen Dank, Justin, für die jetzt mittlerweile insgesamt vier Stunden, die wir hier aufgenommen haben, Episode 2 und 3 zum Thema Lithium und die zwei Stunden davor. Also es ist umfangreicher geworden, als ich dachte. Aber das Thema Lithium gibt einfach super viel her, um darüber zu sprechen, ja. Und von daher vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Vielen Dank dir für die Einladung. Und schauen wir mal. Dich hören wir vielleicht ja demnächst auch noch mal in irgendeiner Episode. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Ja, jetzt bist du ganz erstaunt. Ich habe noch nichts vor, aber schauen wir einfach mal, dann sehen wir schon. Und ja, jetzt schauen wir mal auch, ob ... Einfach mal öffentlich pre-announcen, dann komme ich nicht mehr raus. Das war die Idee dahinter. Und ja, ich hoffe dann auch, dass wir in der nächsten Episode die Bibi wieder mit am Start haben. Die ist jetzt aus verschiedenen Gründen in den letzten Episoden eben ausgefallen. Das habt ihr ja gemerkt. Dafür war jetzt der Justin da, was natürlich auch schön war. Und schauen wir mal, dass das auch wieder vorangeht. Und was denn das Jahr 2022 bringt. Insgesamt kann ich so festhalten, war es sehr schön, dass das Thema Rohstoffe immer mehr auf der Agenda auftaucht, sowohl politisch als auch in den öffentlichen Wahrnehmungen. Und ja, dafür mache ich ja diesen Podcast hier auch, um euch da ein paar Hintergründe mitzugeben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, ja? Vielleicht noch einen Hinweis. Ihr als Ressourcen-FM-HörerInnen habt das sicherlich mitbekommen. Aber wenn verschiedene Blogger oder Nachrichten dann heißt, bei Kernkraft zum Beispiel, hätten wir ja nur 30 Jahre oder 40 Jahre noch Unterscheidung zwischen Ressourcen und Rohstoffen und Reserven immer im Blick behalten. Und ich glaube, da seid ihr vorgebildet. Da seid ihr vorgebildet. Und ihr wisst natürlich auch als freilassige Zuhörer, dass es immer abhängig ist, welchen Preis man da annimmt. Reserven sind nicht statisch, sondern verändern sich mit dem Preis. Dementsprechend lasst euch keine Panik machen und seid panisch bei den Dingen, wo es sich wirklich drum lohnt. Klimakrise. Und ja, bis zum nächsten Mal. Damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein und steht der Geist. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.